Kein Reichweiten-Test, kein Reichhöhen-Test. Heute fahre ich einfach mal eine Runde hier. Auch ein meiner Lieblingsplätze. Wunderbar! Ja, für mich gibt es kein anderes Wort als Paradies, um das hier treffend zu beschreiben. Einen wunderschönen guten Samstagmorgen. Wir haben den 16. Oktober und heute gibt es mit diesem Bike keinen Reichweiten-Test, kein Reichhöhen-Test. Heute fahre ich einfach mal eine Runde hier. Ausgehend von unserem Ferienhaus, der Ferienhütte bei Christian Zandt. Hier steht das Bike bereit. Die Sonne scheint. Aussichts von der Terrasse ist die Nordsee. Mit verschiedenen Scheren. Ich hoffe, das ist zu erkennen. Und wie gesagt, die Sonne steht am Himmel. Und jetzt geht es mal los mit dem Bike. Eine kleine Hausrunde fahren. Viel Spaß! Der Strom, der übrigens in den Rotwild-Akkus befindlich ist, kommt hier aus diesem Falt- und tragbaren Solarpanel. Ich sage immer, hiermit ernte ich Strom. Der fließt dann hier rein in dieses Gerät. Das ist der Delta EcoFlow. Ein transportables Solarkollektorsystem. Befindet sich also jetzt nicht nur ein 1280 Watt Akku drin, sondern auch ein Wechselrichter mit bis zu 3000 Watt Wechselstromleistung. Es sind alle möglichen Anschlüsse da. Vier Schoko-Steckdosen, USB-C, USB-A und kann man alles gleichzeitig betreiben. Es ist immer schön, dass der Akku hier voll lädt. Das ist ja mein Wechsel-Akku. Gleich ist er voll. Und hier vorne ist ein Display, an dem kann man erkennen, wie es gerade steht. Die Ladung und die Entladung ist, wenn der Akku gleich voll ist, wird natürlich bei diesem schönen Sonnenstand hier die Ladung überwiegen. Ja, auch das iPhone ist jetzt geladen und kann schön am Bike montiert werden. Da ist es dran. Und dann kann es auch schon losgehen. Hier vor der Hütte steht erstmal die Robeta geparkt. Ein bisschen in Schräglage, aber die passt gerade ganz genau hin. So, jetzt fahren wir mal hier diese Ferienhaussiedlung herunter. Hier haben wir schon gesichtet. Hier haben wir ganz über Waage liegen. Sehr nah an Christian Sandmann. Sie sind schon für das Winter eingebüffelt worden. Im Sommer ist hier wesentlich mehr los. So, hier war ein Brocker. Noch ein Boot. Die Tennisplätze, die Nordsee im Hintergrund. Der Fußballplatz. Und der Kinderspielplatz ist auch da. Dort sind die Hütten in der Sonne. Ein wunderbares Fleckchen Erde hier. Zwischendurch ist der Straßenverlauf hier. Das zeigt schon. Einspurig. Kurvig. Und überall Hütten und das Meer. Ist das nicht schön? Genau, hier kommt dann etwas sternerer Hüttenstiel. Auch wieder. Meer. Hälsengote. Und moderne Hütten. Das ist auch Norwegen. Wunderbar. Für mich gibt es kein anderes Wort als Paradies. Um das hier treffen zu beschweigen. Der Lichter. Ein solosIONEF Others. Und nothings what it seems to be. Und die Hütten. Es heilt so deep in meinem. Heard a whisper. Someone saw you and thought. Was it the same night you had trouble with your car? It's going to know that I've heard your story is told a thousand times. So, ich nehme euch jetzt mal mit zu einem ganz speziellen Ort, auch einen meiner Lieblingsplätze, Thomas de Brügge. Wie man liest, gibt es dort auch einen Landhandel, also einen kleinen Supermarkt mit örtlichen Produkten. Aber das Besondere hier ist, dass dieser Supermarkt und diese kleine Restauration, die es dort gibt, direkt an einem großen Bootsanleger platziert sind. Direkt also an so einem Fjord und das ist sehr lustig, denn da fahren wir im Sommer immer mit dem Motorboot hin, um dort einzukaufen. Ich zeige euch mal, wie es da aussieht. Kommt mit! Musik In der Elektroladestation für Elektroautos gibt es hier drei Zappsäulen, aber nicht etwa für Autos, sondern für die Boote. 13,97 Euro, das heißt 1,37,9 Euro pro Liter aufgiftsfree Diesel. Jawohl, so und hier ist das schöne Restaurant im Sommer immer absolut gefüllt und daneben befindet sich der Landhandel und da gucken wir uns jetzt auch mal gerade um. So, wie mir der freundliche Mitarbeiter gerade erklärt, ist das hier ein vollautomatisierter Supermarkt, der immer auf ist, mit automatischer Kasse. Ja, ich sehe das. Ja, ich kann da, wenn du eine Hilfe brauchst, wenn du eine Hilfe brauchst, wenn du eine Hilfe brauchst, wenn du eine Hilfe brauchst. Ja. Und du kannst dir helfen, du kannst auch mit den Kameras sprechen, du kannst, was du auch sagen kannst, wenn du eine Hilfe brauchst. Und hier kannst du dir helfen, wenn du Alkohol oder Tobacco kaufen willst. So, perfekt. So, es ist... Ja. Und wenn du in, du musst, du musst deine Bankkarte in diese Maschine. Ja. Perfekt. Ich liebe das. Ja, es ist brand new in Norwegen. Und in Norden, Norden, das ist der erste Store, die diese Technologie hat. Es gibt in einigen Stores, in Norden, aber es ist nicht so viele. Und du kannst auch, wenn du dir die Handkarte aufbauen kannst, dass du über 18 Jahre alt bist. Ja. Die nächste Sache ist dein E-Escanner. Ja. Und die Technologie ist da. Ja, du hast alle die Kameras, die sehen, was du machst, was du machst. Ja. Ja. Und dann kannst du hier, und dann kannst du ausbauen. Ja. Perfekt. In der alten Supermarkt, du hast dieses spezielle cooles Raum. Ja. Wo alles war... Wir haben das... Ja. Karl Drecke. Hier ist nur Bier. Und hier ist... Ja. Okay, ich sehe das. Du hast immer das hier. Ja. Ah. Ja. Ja. Okay. Um... Ich habe eine letzte Frage. Kann ich hier mit einem normalen Mastercard kommen? Mit meiner Karte aus Deutschland? Ja, ich denke so. Ja. 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 J Quality. Ja. Ja. die man lesen muss. Da kriegt man PIN-Code und dann kann man da hineingehen und einkaufen, ohne dass irgendein Mitarbeiter dabei wäre. Also das ist schon wirklich spooky, muss ich sagen. Ja und hier liegen die Boote an. Im Sommer ist es hier natürlich super voll. Und da kann man hier also einkaufen gehen. Da hat sich jemand gemütlich gemacht. Einkaufen, Boot tanken, Elektroauto tanken und dann schaut euch mal diesen schönen Meeresarm oder ist ein kleiner Minifjord, kann man sagen, an wie toll das hier aussieht. Überall sind die Heuwerwerder. hier am Wasser gebaut, mit eigenem Bootssteg, mit Boot. Und dann die Farbe der Nordsee hier. Das ist alles irgendwie unwirklich. Und weiter geht es hier auf unserer Runde, auf der Hausrunde. Alles östlich von Christiansand gelegen, aber nur etwa so 15 bis 20 Kilometer entfernt. Also auch Christiansand wäre mit dem Bike sehr gut erreichbar. Wow, siehe da, hier geht es mal irgendwie in so ein kleines Stück Wald hinein, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und die Action Camp kommt noch oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja und auch das ist so ein Ding, das würde ich so als paradiesig bezeichnen. Ein kleiner Trail endet hier, beziehungsweise für mich, da komme ich mit dem Bike glaube ich nicht rum. Zu Fuß ist schon schwer und wieder hier hoch. Das ist für das Biken nur für die Profis was, aber was ich eigentlich zeigen will, ist das paradiesig hier, schaut mal. Einfach ein kleines Stück, abgebogen von der Straße. Und dann sowas. Also ich würde sagen, das ist ziemlich schön hier, atemberaubend schön mal wieder. Hier Felsen weggesprengt, Platz für neue Hüttenfelder, Supermarkt oder wofür auch immer. Das sieht man hier überall in Norwegen. Sehr, sehr rege Bautätigkeit. Das ist eben auch etwas besonderes hier in Norwegen. Der Holzbau, die Kirchen hier. Wohlgemerzt, das ist keine Stabkirche, kein historischer Gotteshausbau von vor vielen Jahrhunderten, sondern das ist eine normale norwegische Kirche. Ebenfalls aus Holz gebaut. Der Friedhof ist meistens direkt mit dran. Ja, und das ist hier wunderschön gelegen. So, jetzt geht unsere kleine Hausrunde auch so langsam dem Ende zu. Die Runde schließt sich hier vorne an der nächsten Kreuzung und dann sind es noch zwei, drei Kilometer zurück zur Hütte. Und ich hoffe, das hat hier euch ein bisschen Spaß gemacht. Mal hier die wunderbaren Straßenverhältnisse, die tolle Gegend, das viele Wasser und die tollen Bauten zu bewundern. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Doch nochmal ein kleiner Trail hier. So und zum Abschluss fahren wir nochmal ein ganz kleines Stück Offroad in die Hüttensiedlung hinein. Los geht's. Musik 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 Juchu! Da sind wir! Wo das Herz ist! Musik 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 Obitar! Musik Vielen Dank.